Hallo und willkommen zurück auf PlayStation Info. Gestern gab es auf PlayStation Info spannende Neuigkeiten. Motive Studios werden sich nun an der Entwicklung der Battlefield-Franchise beteiligen. Während Marvels Iron Man weiter Form annimmt, wird auch ein frisches Team zusammengestellt, das sich ausschließlich dem Flaggschiff Ego-Shooter von EA widmet. Doch was ist mit dem erhofften Nachfolger des Dead Space Remakes, das letztes Jahr veröffentlicht wurde? Obwohl eine offizielle Ankündigung noch aussteht, wurde nach dem positiven Feedback zum ersten Spiel vermutet, dass ein Remake von Dead Space 2 in Arbeit sei. Doch laut Jeff Grubb von Giant Bomb im neuesten Game Mass Mornings Podcast war dies leider nicht mehr der Fall. Zitat Sie haben daran gearbeitet. Sie haben an Dead Space 2 gearbeitet. Und jetzt nicht mehr. Es liegt auf Eis, weil das erste Spiel schlechte Verkaufszahlen hatte, wie mir berichtet wurde. Das sind also keine guten Nachrichten für diejenigen, die auf Dead Space 2 gehofft haben. Einfach nur frustrierend. Bedeutet das, dass es nie passieren wird? Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Aber so wie es aussieht, haben sie daran gearbeitet. Ich glaube, es befand sich noch in der Konzeptionsphase. Es war definitiv in der Vorproduktionsphase. Und jetzt wurde diese Arbeit auf Eis gelegt. Sie sind damit durch und dieses Studio widmet sich nun Iron Man und Battlefield. Zitat Ende Dies ist nicht das erste Mal, dass ein Projekt eines Electronic Arts Studios zugunsten von Battlefield zurückgestellt wird, ähnlich wie es bei Criterion und Battlefield 2042 der Fall war. Nach der Schließung von Ridgeline Games im letzten Februar liegt die Priorität auch hier bei zukünftigen Einzelspieler-Inhalten für die Shooter-Serie. Wie Grubb erklärt, bedeutet dies nicht, dass das Dead Space 2 Remake nie kommen wird, aber es wird wohl etwas länger dauern. Obwohl keine neuen Battlefield-Titel angekündigt wurden, wurde bestätigt, dass Battlefield 2042 keine weiteren Staffeln erhalten wird.